ähm am liebsten äh ich finde irgendwie auch mal nix Jan verpiss dich da ja ich will's machen was machst du denn da mann ich hab ne Kaffeepause gemacht Nico und du übersteuerst halt pass auf dass du nicht so laut redest das gibt auch so schlechte Note sag mal was Nico nicht dass du dich jetzt was ich hab mich nicht gemutet ich hab das Mikro so ein bisschen leider noch hinten geklappt ja ich weiß nicht wie das später auf der Tonspur aussehen wird ja die kann man doch noch leiser machen oder nicht ja aber wenn du übersteuerst dann bleibt es halt ne ja ach Yolo ist das erste Mal da kann immer mal was schief gehen ach Niklas du bist schon wieder so zweideutig unterwegs ne ich hab einfach nicht reingedacht und du musst es wieder ich hab's unterdrücken ich hab's nicht unterdrücken war klar war klar ja ja und dann kommst du schon wieder an ja ja ich bin voll Niko wieso hast du Bestand fahren musst ja ich hab halt so nen Wendekreis wie ein Panzer ja nee dann würdest du dich auch mal Ställe drehen können ja das wird kosten wenn ich preis wie Panns Alter holt der da ne 300 Kurve äh 300 Meter Kurve aus Niko du hast Festtagsbeleuchtung an mhm merkst du selbst was ich wollte den Tag noch etwas heller erscheinen lassen na Festtags hey hier wächst ja schon ist das Dachschuss hier weg? ich stehe hier installieren mir jetzt einfach Landwirtschaftssimulator 2011 Update mal gucken ob das noch hilft ja ölf ich bin's überflüssig 11 zu sagen deswegen sag ich ölf ja ölf du hast mich ölf mal betrogen du hast mich ölf mal verloren ich muss aufpassen wie Gameo oder so genauso wie mit Rolf Euro Quatsch das ist Nachsingen Alter wir mit dem Segelboot halten an der Promenade holen uns nen Döner er sagt drölf Euro bitte also ich hab irgendwie das Gefühl dass wir echt gut vorankommen ich bin zehn, neun, drölf ja das ist äh Stell dir vor wir hatten vier Trecker ja vier Trecker du das hört sich schon ganz schön viel an ne aber dann bräuchten wir noch weitere Leute zum Zählen Miko wie viel Geld haben wir also wir machen Junge willst du jetzt alle paar Minuten nach dem Geldfragen oder was hast du noch nicht mal zweites Mal abgegeben hm du meinst das vorher nur wir haben zu viel wir haben zu viel die einfach Mikrofüge einfach zu viel einfach zu viel einfach zu viel sind wir Money Boy sind wir Money Boy ja ich muss das Spiel 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 wieder installieren um den Beta-Passion nein ich muss den PC neu starten nein ich muss den PC nicht nein ich muss auch nicht doch doch jetzt muss man den PC neu starten ich musste den neu starten ich muss den neu starten ich bin ich nicht hm ich hab den aber auch von der offiziellen Landwirtschaftsseite mann ja ich auch bei Updates ist jetzt wein doch nicht nein nein eigentlich ist ganz toll oh Landwirtschaftsseiterbügel wieder weinen oh nix das muss sein Zähnf dazugeben genau guck bei Wikipedia ja 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 also was geht mit deinem Wettbrötchen also was geht mit deinem Wettbrötchen ja dick mit Zwiebeln und schwarzem Pfeffer frisch gemalt was würden die Leute denn denken Alter die anderen keifen sich an und die immer so jetzt ein Wettbrötchen oder ich weiß Niklas wie heißt bei dieser Patch 2.1 oder 1.4 oder 5.8 also 5.8 ein schönes Fischbrötchen Nein das war nicht Nils gib's einfach auf Nils aufgeben einfach so Apropos Fischbrötchen weil sie der Depp der mir das verkauft hat das letzte Fischbrötchen hier zuguckt ne ich wollte ein mildes und kein gesalzenes Spinner alter wer hat dich schon wieder betrogen Niko ja Fischbrötchenverkäufer nein ich sag ein mildes Matjesbrötchen bitte mit Zwiebeln kann ruhig sein Dankeschön ich tipp grad ab Niko und was ist? es war scheiße salzig ja war auch Fisch drin ich hab schon gedäppert ne ich hab schon gedäppert in den Kopf ne Niko weiß ja ne wenn sie dann einen Fisch kriegt Gah du bist so ekelhaft ne du bist ein ekelhafter Vögel ich sag mal kannst du ein Fisch nicht manchmal muss ich einfach nur den Kopf schütteln ja wieso bei geht ihr einmal sagen Vögel da haben wir so'n Össi der sagt immer Vögel scheiß Mikrofon Vögel das ist Niko ich kann es sein dass ich noch in den Landwirtschaft zum Norddeutsch 2013 unter P-DLC da noch reinziehen muss die die Teilen dass hier ohne Spaß alle Mops plus der Map runtergeladen wird ja die ach die Map die brauchen wir auch noch ja die wurde mir nicht gesendet ja die ist auch nicht mit da drin nein ich hab gedacht das wär die BF Map was die dürfte da nicht drin sein nein die BF Map die hab ich da noch die alte oh nein geht die Original Map wieder reingepackt das ist die Original Map mit dem Mod dass das nicht verrotten kann ach nirgends okay das heißt die BF war ja umgeschrieben und das heißt die man muss mir ne link sein hey guck doch einfach bei Mottos da gib doch bei Usual ein meine Fresse oder ach bei Mottos bei Goggle deshalb komm ich nicht auf den Server deshalb wird er vielleicht noch gar nicht angezeigt Niko don't ask benutzt Google das war jetzt so halbdeutsch im englisch gib doch mal Usual ein ja und ich benutze auch nicht ask Nimo äh Niko wir fahren zum Feld 38 zu behindertem Kopf ich sag don't ask benutzt Google ich weiß ich benutze gar nicht ich weiß was ask ist aber du musst auch mal gucken was das bedeutet du Spinner ich hab doch nur so ich hab doch nur so ich erzähle dir Shopping Tool da hast du drei neue Browser die kein Mensch kennt wo sie jetzt ähm mach mal alle hier ähm würdest du einfach so downloaden Mikro aniert ja oh Gott jetzt feiern wir noch zunächst n ey das hilft dir beim Shoppen Niko Niko ich weiß das Shopping Tool hilft dir beim Shoppen ja was sagst du denn du wolltest äh ich fahr dann die Schneidwerk hinterher ok Rake Hä das kann ich jetzt auch achso ja 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 wo kann ich die Welt so was soll ich jetzt in mein Buch einfach ganz mal du sollst es bei Google eingeben ok ich dauern du jetzt mir einfach ganz mal mein Buch ja mach das Server Version mein Buch Server Version ist welche Version ohhhh nimm einfach den ersten Link in den Film ach so ich was haben wir denn hier zur Einfahrung des steil 230 GB bei gedrosselt ja und das gedrosselt das dauert fast eine Stunde ja hab ich doch schon gesehen nein das dauert anderthalb Stunden ich glaub dann ist die Aufnahme vorbei alles ist mir scheitiger aber ich dauere trotzdem ja lecker schon mal Wäre sinnvoll ne ja wäre sehr sinnvoll ich will jetzt sagen aber um 11 Uhr bin ich weg ne mutig ja das ist nicht mal ein Problem ja sie jubb mich schon nicht ich wollte ja noch an können warum Niklas ja bin ich nicht ja warum weil ich noch kurz wehlen muss ach er ist nicht auch gewünscht ich werde wieder fischig so du weißt du hast du noch zehn Stunden und wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen von 10 Stunden ich bin ein Buch 2 2 da wird so noch unter mein Alkohol ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr gut dass ihr das gar nicht gehört habt ich glaube es gibt eine ganz neue ich glaube es gibt eine ganz neue ich habe FPS Eindrüge warum habe ich noch 22 FPS was ist das hier auch und wenn es eine neue gibt dann haben wir die noch nicht nicht sicher geil aber oh tut mir leid denn ich wusste nicht dass du Mod-Experte bist und diese man sich mal eine blöde Frage du hast du besser beschreibst als ich nein aber ich bin der ich möchte eine blöde Frage stellen mach das ich habe jetzt übrigens habe ich eine röte Zahl ja und die ist gerade eben auf 2021 gekommen ist das bad ja das ist die FPS ne wieviel Bilder pro ich habe jetzt irgendwo geklappt hast du es gerade gesehen hast du es gerade gesehen weißt du Nico hat ein Fahrzeug das ist fünfmal so groß denn du schaffst es trotzdem noch bei bei Frips ist das nur so scheiße die sind auch Video drinnen hä nein die werden rausgerendert du Spinner loll nein von Frips nicht hä ist du doof oh 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 neklar sie schon wieder am scheiße labern ja Nico ich hatte es richtig gehindert er ist jetzt einfach so durchs Grüne mein Spiel hat sich minimiert Nico du musst dann zurückfahren Jan helfen warum hast er denn gemacht nein also da an äh Niklas und mein Bauernhof um die Kurve du bist so locker rumgefahren Jan ist voll gegen den Zaun gebrecht ich fick doch manche das schon an der ist so halb auf den großen Hof gefahren ach komm ich warum musst du denn immer alles kaputt machen mein Gewicht hat nur 21% Scharen ja das Mähwerk der Trecker das Mähwerk hat 2 der Trecker 17 ok ja Nico umso größer die Zahl umso besser quatsch ja du weißt schon 2% sind mehr als 1% beziehungsweise 0% aber dadurch dass die Map so riesig ist und wir so viele Fahrzeuge haben ist das eigentlich normal dass das ab und zu unter 30 ist warum steht der Werkstattwagen auf dem Liedage irgendwie wird der Thermo bei mir gar nicht angezeigt weil du wahrscheinlich die richtige Map hast ja siehst du hab ich doch gesagt dann werden die nämlich nicht angezeigt ich hab aber alle Karten eingestellt dann werden die nämlich nicht angezeigt